Parfüm, Zitrusduft sorgt für Sommerwebs. Frische und vitalisierende Düfte kann man nicht nur im Sommer tragen. Parfüms mit Zitrusnote sind ein echter Geheimtipp für den Winter. Sie eignen sich perfekt dazu, unsere Laune zu heben, indem sie uns ankalten. Grauen Tagen in eine sommerliche Duftwolke hüllen. Die stimmungshebenden Düfte harmonisieren wunderbar mit dem aktuell vorherrschenden Dopamine-Dressing-Trend und sorgen für einen zusätzlichen Gute-Laune-Kick. Parfüms, Eau de Toilette und Bodysprays mit spritzigen Zitrusnoten sind voll im Trend. Die Düfte kommen oft mit Kopfnoten von Limette, Mandarine oder Orange daher. Bergamotte ist ebenfalls eine oft verwendete Duftnote in Damen- und Herren-Parfüms. Weitere Inhaltsstoffe von Zitrus-Düften können folgende Komponenten sein, Orangenblüten. Grapefruit, Bitterorange, Jutsu, Zitrone, Zitronenblüte, Zitronengras, Zitronenholz, Zitronenverbünde. Um den neuen Lieblingsduft mit Zitrusnote zu finden, lässt man sich am besten in einem Fachgeschäft beraten. Hier kommen einige Anhaltspunkte aus der Royals- und Promi-Welt. Das Parfüm Orange Blossom von Jumalone zählt Berichten von Mode- und Beauty-Magazinen zufolge, angeblich zu den Lieblingsdüften von Prinzessin Kate, 40, im Alltag. Es handelt sich um einen belebenden Duft aus Klementinen und Orangenblüten, Wasserlilien und Basisaromen von Iriswurzel und Vetiver. Ein frischer Duft, der an einen warmen Sommertag erinnert. Auch das Lieblingsparfüm von Laetitia von Spanien, 50, soll eine Zitrusnote enthalten. Sie liebt Medienberichten zufolge das Parfüm Oduswa von Cicely. Eine Mischung aus Mandarine. Grapefruit, Pfeffer mit Herznoten von Flieder, Jasmin, Rose, Ylang-Ylang, Maiglöckchen. Iris und Wacholder sowie Basisaromen von Moschus, Amber, Eichenmoos, Patcholi und Zistrose. Ein Duft aus Frankreich mit Geschichte, für alle, die es ein wenig einfach mögen. Und nicht ganz so tief in den Geldbeutel greifen wollen, das Eau de Toilette des Abbaie Notre Dame de Garnagobi bedient sich den Inhaltsstoffen der Zitronenverbünde, die für einen feinen, lang anhaltenden Duft nach Zitrone sorgen. Die französische Benediktiner-Abtei ist seit Jahrzehnten für ihre Herstellung von Körperpflegeprodukten bekannt. Nicht nur in den europäischen Königshäusern sind Zitrusduftnoten beliebt. Model Kate Moss, 48, schwört bei ihrem Lieblingsparfüm ebenfalls auf frische, belebende Noten. Die Britin trägt laut Fogu angeblich seit Jahren das O-Dynamisante von Clarins und hat immer ein Fläschchen davon in ihrer Handtasche. Der Duft setzt sich aus Zitrone, Orange, Koriander, Nelke, Rosmarin und Patchouli zusammen.